Herzlich Willkommen zu diesem Video, mein Name ist Nick Geringer und ich werde dir jetzt verraten, was reiche Menschen von dir unterscheidet. In diesem Video wirst du konkret eine Sache erfahren, die reiche Menschen und vor allem auch Leistungssportler, Menschen, die wirklich an ihre Grenzen gehen und super erfolgreich sind, zu dem gemacht hat, was sie heute sind. Nun, es gibt tausende verschiedene Möglichkeiten, wie du erfolgreich werden kannst, wie du viel Geld verdienen kannst. Es gibt Produktivitäts-Hacks, du kannst dir Mentoren dazu holen und und und. Nun, eine Sache musst du aber von vornherein selber mitbringen und diese Sache ist Neugierde. Es klingt vielleicht total plausibel. Nun, wenn du dich aber fragst, wofür interessierst du dich konkret? Was macht dich neugierig? Dann fallen einem oftmals nicht so viele Sachen ein. Man hat seinen Tagesablauf, den man durchgeht, man hat seine paar Hobbys, die man macht, die paar Menschen, mit denen man seine Zeit verbringt. Aber tatsächlich gibt es nichts wirklich, was einen so richtig neugierig macht. Und das ist eben der Unterschied zu reichen Menschen. Reiche Menschen bringen eine brutale Neugierde mit. Diese Neugierde treibt sie dazu an, mehr zu erfahren. Treibt sie dazu an, mehr wissen zu wollen. Treibt sie dazu an, ihren Wissensbereich, ihren Erfahrungsschatz und all ihre Ressourcen noch genauer zu betrachten, dort tiefer reinzugehen, um einfach ihr Mindset zu erweitern. Um ebenfalls dafür zu sorgen, neue Lösungen für Probleme zu finden. Um gleichzeitig auch immer wieder neue, komplette Lösungsansätze und Inspirationen zu bekommen. Nun, wie machen die das? Also Menschen wie Warren Buffett beispielsweise, der aktuell der dritt oder viertreichste Mann der Welt ist, der eine ganze Zeit lang der reichste Mann der Welt war, der der größte Shareholder von Coca-Cola unter anderem auch ist. Er alleine liest jeden Tag 500 Seiten. Jetzt stell dir das mal vor, das ist eine Routine, die er etabliert hat, jeden Tag 500 Seiten von einem Buch zu lesen. Bill Gates beispielsweise liest 50 Bücher im Jahr unter anderem. Und Bill Gates gehört ebenfalls zu den reichsten Menschen der Welt. Und der reichste Mann aktuell der Welt, Jeff Bezos, womit hat er angefangen? Naja, in einem Online-Shop für Bücher unter anderem. Und selbst wenn du keine Lust hast, Bücher zu lesen, dann gibt es so Funktionen wie Audible oder beispielsweise Spotify, wo du einen Haufen Hörbücher findest, die du dir anhören kannst. Wenn es dir zu langweilig wird, stell einfach die Geschwindigkeit schneller ein, auf 1,2 bis 1,5-fache Geschwindigkeit. Das Ding ist, ich selber habe hier hinten ein riesiges Bücherregal bei mir, wo Bücher beispielsweise von André Kostolanyi drin sind. Ja, Kostolanis Börsenpsychologie. Warum habe ich solche Bücher beispielsweise? Einfach aus dem Hintergrund, weil ich verstehen will, wie dieser geniale Mann, der wirklich die Börse wie kein Zweiter verstanden hat, wie er sie gesehen hat und wie er Probleme gelöst hat. Ich will die Ideen verstehen. Ich will wissen, wie er gedacht hat, damit ich diese Gedankenkonzepte nicht nur selber für meine eigenen Anlagestrategien verwenden kann, sondern damit ich diese auch ummünzen kann auf mein Geschäft und mein alltägliches Leben. So, dann gibt es unter anderem Bücher wie von Felix Tönnesen, die Marketing-Kickbox. Hier habe unter anderem ich sogar einen Tipp mit beigesteuert, der hier in dem Buch mit drin ist. Und Felix Tönnesen ist der Startup-Coach beispielsweise bei Höhle der Löwen, der die ganzen Startups dort coacht. Und dort geht es um verschiedene Ideen fürs Marketing. Das heißt, allein in diesem Buch sind es, lass mich nicht lügen, es müssten über 300 Seiten sein. Es sind fast 400 Seiten dieses Buch, wo du nur Marketing-Ideen von Genies drin hast, von Menschen, die schon viel im Marketing gemacht haben. Dann gibt es beispielsweise so Bücher wie von Napoleon Hill, Think and Grow Rich, Denke nach und werde reich. Wo es darum geht, wie du durch dein Denken, durch die Art und Weise, wie du denkst, dein Handeln beeinflussen kannst, deine Entscheidungen beeinflussen kannst und dafür mehr Reichtum, mehr Positivität, Glück und Gesundheit in dein Leben ziehen kannst. Und all dieses Wissen ist vorhanden in Büchern unter anderem. Und wenn du neugierig genug bist und diese Neugierde musst du mitbringen, weil die haben all die reichen Menschen, dann forstest du dich durch einen Haufen Hörbücher oder Bücher. Bei mir ist beispielsweise eine Routine ganz normal, wenn ich spazieren gehe mit meinem Hund. Ich gehe zwischen anderthalb bis zwei Stunden am Tag mit meinem Hund spazieren. Ich habe Kopfhörer drin und dort laufen nur Hörbücher. Die verschiedensten Hörbücher laufen dort. Letztens habe ich beispielsweise mir das Hörbuch geholt von 50 Cent, seinem Buch Harder, Hustle Smarter. Warum? Weil es mich einfach interessiert, wie er zu seinem Erfolg gekommen ist, wie er über Erfolg denkt, wie er über Probleme denkt und so weiter. Und genau das sind die Punkte, diese Neugierde, die in mir drin ist, diese Neugierde, die in jedem reichen Menschen drin ist, die uns dazu antreibt, neue Lösungen zu finden, neues Wissen anzuhäufen und dieses dann nachher in unser Leben implementieren zu können. Und das Spannende ist, die meisten merken es nicht, aber all die Informationen, die du dir reinziehst, all den Input, den du dir holst, der wird in deinem Unterbewusstsein verarbeitet. Und häufig habe ich festgestellt, wenn ich ein Buch gelesen oder gehört habe, dass ich wirklich binnen drei bis sechs Monate all die Dinge, die ich dort gelesen oder gehört habe, ich angefangen habe unterbewusst umzusetzen und mein Leben dadurch besser geworden ist und ich es später festgestellt habe und dadurch noch süchtiger und neugieriger wurde, mich noch mehr zu informieren über die verschiedensten Bereiche. Wenn du jetzt noch nicht überzeugt genug bist, die Neugierde aufzubringen, dich durch Bücher lesen oder Hörbücher hören, wirklich weiter zu informieren und dein Mindset zu erweitern, dann hört dir das an. Elon Musk beispielsweise, der Gründer von Tesla und SpaceX, er selber hat nur Science-Fiction-Bücher gelesen. Und diese ganzen Science-Fiction-Bücher haben in ihm den Drang angeregt, wirklich Probleme zu lösen, die fast unlösbar sind. Und genau aus diesem Grund hat er sich gesagt, er will die Welt retten. Und deshalb hat er Tesla gegründet und deshalb unter anderem SpaceX, mit dem er die Mission hat, alle Menschen auf den Mars zu kriegen, weil der Mars laut ihm der einzige weitere belebbare Planet ist und die Erde zugrunde geht. Und warum macht man sowas, sowas fast schon Verrücktes, sowas fast schon Unmenschliches bewegen zu wollen, aus dem Hintergrund, weil er die Neugierde aufgebracht hat, sich weiter zu informieren, Science-Fiction-Bücher gelesen hat und gelesen hat, was alles möglich ist und sich gedacht hat, hey, das möchte ich auch in meine Realität holen. Ganz häufig kriege ich die Frage gestellt, Nick, wie kann ich bessere Geschichten erzählen? Nick, wie kann ich Menschen besser von mir überzeugen? Und die einfachste Möglichkeit ist, die selber Geschichten zu lesen, selber Geschichten zu hören von anderen Menschen, egal ob du es über YouTube-Videos machst, Bücher oder Hörbücher. Und wenn du anfängst, häufiger zu lesen, häufiger Geschichten zu hören, dann wirst du selber besser in Geschichten erzählen. Du wirst verstehen, wie sie aufgebaut sein sollten, du wirst Muster erkennen und du wirst genauso auch selber noch bessere Geschichten haben, die du aus der dritten Person heraus erzählen kannst, um Menschen zu überzeugen, um Emotionen in Menschen auszulösen. Und nur wenn du es schaffst, Emotionen in Menschen auszulösen und sie zu überzeugen, wirst du auch dafür sorgen, dass die dementsprechend nachher bei dir kaufen oder das tun, was du von ihnen möchtest. Zusammengefasst hilft dir die Fähigkeit der Neugierde einfach, einen neuen Blick auf komplexe Probleme zu kriegen, dafür Lösungen zu entwickeln oder zu finden, für die andere Menschen ebenfalls bereit sind, dir viel Geld zu bezahlen. Wenn du gerade Ideen und planlos herumsitzt und gar nicht weißt, was du konkret machen willst oder sollst in deiner Freizeit oder mit deinem Leben, dann fang an, dich inspirieren zu lassen von Büchern, fang an, dich inspirieren zu lassen von den Geschichten anderer Menschen, damit du dementsprechend für dich selber auf Ideen kommst, selber auf Probleme stößt, die du gefunden hast, die du lösen kannst. Und das ist im Prinzip auch das Entscheidendste dafür, um zum Reichtum zu gelangen. Weil nur wenn du Lösungen für Probleme findest, dann kannst du auch relativ zügig Geschäftsideen entwickeln und neue Geschäfte aufbauen, um das zu tun. Und wenn du beispielsweise jetzt gar keine Ahnung hast und sagst, weißt du was Nick, ich würde am liebsten einfach noch ein bewährtes Geschäftsmodell nehmen, was schon funktioniert, dann mach das gleiche wie ich, baue dir deine eigene Social Media Agentur auf und hilf kleinen mittelständischen Unternehmen dabei, durch Facebook Werbeanzeigen, neue Kunden zu gewinnen und an mehr Reichweite zu kommen. Weil das ist eine Fähigkeit, die du durch Neugierde ebenfalls lernen kannst und die du nachher teuer verkaufen kannst an Menschen, die das Geld haben und die bereits ein Problem haben. Vielen Dank fürs Zuschauen von diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Falls du noch nicht abonniert hast, abonniere jetzt und aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Und lass mir doch in den Kommentaren einmal dein Feedback da und weitere Videoideen, wenn dir das gefallen hat. Teil dieses Video unbedingt mit jemandem, der das sehen muss und der vielleicht total lese- oder hörbuchfaul ist. Und wir sehen uns dementsprechend im nächsten Video. Ich freue mich. Dein Nick. Bis dann. Ciao.